Es geht um eine Frau, die Donna Angela, die durch eine Ehe mit einem ungeliebten Mann von ihrem Bruder gezwungen, sich von diesem Erlebnis dieser schrecklichen Ehe freimachen will und selbstbestimmt wählen will, wen sie liebt. Sie kämpft für ihr Glück und sie emanzipiert sich in diesem Stück, in dem sie mit sehr viel Witz und Raffinesse ihr Ziel erreicht. Es ist richtig gute deutsche Spieloper. Und ich drücke dem Stück die Daumen. Es ist eine echte Entdeckung und auch eine Bereicherung. Ich rufe dich, komm, ich rufe dich, komm und schreibe mir, Komm, ich rufe dich, komm und schreibe mir.